So Freunde, OxCut feuert mal wieder gegen PumpinMonkey mit dem Video PumpinMonkey bleibt ein Manipulator mit Beweis. Im letzten Video haben wir ja schon gesehen, dass PumpinMonkey gegen ihn geschossen hat. Höchstwahrscheinlich wird er dazu Stellung nehmen. Plus er wurde ja aufs Übelste beleidigt von Arfa, die Mutter wurde reingezogen. Und also wirklich, das war auf einem ganz anderen Level. Bin mal gespannt, was er dazu sagt. Let's go. Freunde, die Netflix-Serie geht weiter. Also machen wir dementsprechend auch, wie bei einer Netflix-Serie, eine Zusammenfassung, was in den vorigen Folgen passiert ist. Ich habe PumpinMonkey vorgeworfen, dass er Leute manipuliert, damit seine Videos interessanter werden. Daraufhin hat er eine kleine Insta-Story über mich gemacht. Auch unser Roadrunner hat einige Worte über mich verloren. Wie auch sein Gesicht, nachdem er abgehauen ist und seinen Freund alleine gelassen hat, weil er wegen ihm Schläge bekommen hat. Irgendwann hat Tudor ein Statement veröffentlicht, wo sie behauptete, dass PumpinMonkey ihr kein Geld gebe wegen dem Shisha-Tabak, welches die beiden zusammen veröffentlicht haben. Daraufhin kam ich der Erzfeind von dieser ganzen Gruppe und habe mich dazu geäußert und habe meine Meinung dazu kundgegeben. Daraufhin hat unser Roadrunner ebenfalls ein Statement verfasst bei Instagram, obwohl das gar keinen Schwanz juckt, weil er ein *** ist und jeder ihn hasst. Und daraufhin haben sich Shuda und PumpinMonkey zusammengetroffen und haben ein Interview zusammengeführt, wo sie behauptete, dass sie doch Geld bekommen habe. Aber halt nicht für den Shisha-Tabak. Und heute möchte ich mich gerne zu dieser ganzen Sache äußern, weil man mir jetzt vorwirft, dass ich gar keine Argumente mehr habe und dass er mich gefickt hätte mit diesem Statement. Heute wird auch eine Person dabei sein, die audiovisuell jetzt dabei ist, also die werdet ihr jetzt nicht sehen, aber die wird auch einige Sachen zu dieser Thematik sagen können. Okay, bin mal gespannt. Fuck. Wie ihr sehen könnt, hat sich Shuda und PumpinMonkey getroffen und sie sind wieder anscheinend befreundet. Jetzt höre ich immer wieder das Argument, ja er hat dich gefickt, weil er jetzt wieder mit der befreundet ist. Ja Leute, denkt ihr, das war mir nicht bewusst? Denkt ihr, es war jetzt so unvorstellbar, dass die beiden sich wie jeder befreunden? Das ist doch schon mehrfach passiert, das war mir auch klar. Trotzdem wollte ich diesem Thema Gehör schenken. Ich als Meinungsblogger reagiere immer darüber, was aktuell geschieht. Ich kann doch nicht immer warten, bis sich wieder Leute verbünden oder sich ein Ereignis irgendwie wieder ändert. Nehmen wir mal zum Beispiel den Fall Arafat und Bushido. Darf ich mich jetzt über den Streit zwischen Arafat und Bushido nicht äußern, weil sie potenziell wieder Freunde sein könnten und meine Argumentation wieder für nix wäre? Nein, so funktioniert das Ganze nicht. Ich sehe eine Thematik, was ich für wichtig erachte und äußere meine Meinung dazu. Und vielleicht helfe ich mit meiner öffentlichen Kritik, dass man diesem Mädchen zum Beispiel ein Gehör verschafft, weil ihre ganzen Social Media Plattformen zu diesem Zeitpunkt einfach ausgeschaltet wurden. Im Statement rechtfertigt sich PumpinMonkey so über die Sache. Was ich dazu sagen will ist, meine Partner haben einiges da rein investiert für den Tabak und die Investition ist noch lange nicht raus, was den Tabak eingeht. Heißt, ich selbst habe für den Tabak noch keinen Cent bekommen. Er habe angeblich selber kein Geld für diesen Shisha-Tabak bekommen. Und das ist auch der Grund, warum auch eine Huda dafür nix bekommen hätte. Und nun sagt er, dass seine Geschäftspartner das Geld erstmal wieder reinholen wollen, was sie für diesen Tabak ausgegeben haben. Ich will mich jetzt nicht zu sehr in die Materie hinein vertiefen, aber ich kann euch einen sagen. Ein Startup funktioniert aber auch nicht so. In einem Startup-Unternehmen oder generell in einem Unternehmen, wo du erstmal wirklich Minus machst, um das Ganze zum Laufen zu bringen, rechnest du trotzdem die Kosten für die Mitarbeiter dazu. Du zahlst natürlich den Mitarbeitern ihr Geld aus. So macht man das eigentlich in dieser Startup-Branche. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei denen abläuft. Vielleicht haben die auch andere Sachen beredet. Zumindest wusste das Huda anscheinend nicht und deswegen hat sie sich öffentlich dazu geäußert. Und ich sag dir ehrlich, ich hätte mich auch vielleicht abgefuckt. Weil wenn man es mir nicht erklärt, was eigentlich in der Regel in der Arbeitswelt so sein sollte, dass du deine Kohle kriegst, dann würde ich mich doch auch betrogen fühlen. Du als Boss der ganzen Geschichte so gesehen kannst ja natürlich auf dein Gehalt verzichten, aber du kannst doch nicht immer erwarten, dass deine Mitarbeiter so gesehen auch darunter leiden, dass du jetzt erstmal Minus bist. Okay, in dem Punkt kann man nachvollziehen, da habe ich auch gar nicht dran gedacht. Aber ist sie tatsächlich nur eine Mitarbeiterin? Ja, quasi ja. Ich habe aber eher das Gefühl gehabt, als hätten die das zu dritt, schrägstrich zu viert, wobei eher zu dritt gestartet. Huda, Sonja und Pumpen, dass die da vielleicht prozentual irgendwie entschädigt werden. Ich weiß es nicht. Im Endeffekt wissen die nur selbst, was da abgeht. Aber einleuchten. Deswegen gucke ich mir auch gerne immer beide Seiten an. Weil da kommt das Mindset der einen Seite, dann das Mindset der anderen Seite. Da kann man besser verstehen, warum er so denkt und warum die andere Seite so denkt. Bis du das raus hast, musst du den Leuten trotzdem ihr Hack geben. Ihr könnt in den Kommentaren gerne eure Meinung reinschreiben und mich verbessern. Vielleicht sehe ich das ganz falsch. Kann ja auch sein. Ich bin ja nicht perfekt. Eine Sache muss ich auch sagen. Warum sieht Huda so nervös aus in der ganzen Geschichte? Sie redet einfach voll verängstlich und irgendwie sehr unsicher. So, ich habe was von Fatih bekommen, was ich euch nicht so sagen kann. Ich habe meinen Hack so mäßig bekommen. Wenn ich es preisgebe, dann kriege ich persönliche Probleme. So Leute, ich sage ja auch nicht das mit dem Shisha-Tabak. Was eigentlich nicht ihrem Charakter entspricht. Sie ist ja eigentlich ganz laut. Das haben auch andere Leute in den Kommentaren erwähnt. Keine Ahnung, warum das jetzt so war. Aber das klingt für mich nicht sehr authentisch, was sie sagt. Und ja, es kann ja auch sein, dass sie ihr Hack bekommt auf irgendeine Art und Weise. Aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass es jetzt so viel ist, dass sie ihr ganzes Leben davon finanzieren kann. Aber ihr müsst euch so denken, ich kenne mich gar nicht mit dieser Business-Sache. Ich kenne mich nicht mal mit YouTube aus. Ein Bruder, wie sich Pumpe Monkey so darstellt. Weil sie ist im Endeffekt meine kleine Schwester. Und in der Öffentlichkeit sich halt so hilfsbereit zeigt. Sollte vielleicht sich doch dafür sorgen, dass seine Schwester, was er auch immer wieder sagt, auch in der Zukunft von ihrem eigenen Business leben kann. Vielleicht, weil sie sich von diesen Geschäftszweigen nicht auskennt, kann man doch vielleicht ihr einen eigenen Account erstellen bei YouTube. Vielleicht einen Cutter engagieren oder vielleicht am Anfang selber ihre Videos cutten und mithelfen, ihr eigenes Business aufzubauen. Weil ich kann mir im besten Willen nicht vorstellen, dass du vier Leute fair ausbezahlen kannst, dass sie sich selber finanzieren können. Und im Video erwähnt er mich ja noch indirekt. Die Leute nennen mich ein Mikrofonständer wegen einem S*** da draußen, der ein bisschen Aufmerksamkeit von mir will. Aber hier, falls du das siehst, ich sag das mal so, ohne dich zu erwähnen. Und behauptet, ich schätze nicht seine Arbeit. Ich habe Leute interviewt. Ich suche mir irgendwelche Leute aus, die ein bisschen, sage ich mal, auffälliger sind. Ja, ne, ich bin ja bekannt dafür geworden, nicht, dass ich zu Hause vor der Kamera gekocht habe und alleine war, sondern ich war immer mit Leuten. Aber ich finde, ja, ich bin jetzt nicht der Mensch, der von sich selbst ausprallt. Aber ich finde, die Arbeit, die ich mache, ist nicht leicht. Sollen die, die zu Hause hocken vor ihrer Kamera, sollen die das mal einen Monat lang durchziehen, was ich auf der Straße mache. So, jetzt mal im Ernst. Ich weiß, dass es schwer ist, auf die Straße zu gehen und irgendwelche Leute zu finden. Okay, immerhin gibt er das hier ja zu. Weil das ist ein Punkt, da habe ich dem Pumpkin auch recht gegeben. Ich habe ja alles schon gemacht. Straßen Interviews, Challenges, normale Interviews, alles, das volle Programm. Und ich muss euch sagen, die Videos draußen sind einfach hundertmal anstrengender, wie Videos, die man zu Hause macht. Außer schneidetechnisch. Wenn man informative Videos macht, wie ich öfters so dokumäßig auf meinem Hauptkanal hochlade, die sind wirklich sehr, sehr aufwendig. Recherche etc. davon. Aber unterm Strich hat Pumpkin recht. Die wirklich unterhaltsam sind. Das ist fast schon unmöglich in Deutschland. Das wissen wir alle ganz genau. Die meisten Leute in Deutschland haben einen Stock im Arsch. Wo ich vor vielen, vielen Jahren mit YouTube angefangen habe, bin ich sogar tatsächlich auch selber in die Stadt gegangen und habe Leute interviewt. Ja, ich habe auch Street Comedy und so einen Scheiß gemacht, wofür ich mich heute todesschämme und rot werde, wenn ich sogar diese Szenen einblende. Oh mein Gott. Und ich muss sagen, ich kenne den Struggle. Ich bin auch Stadt zu Stadt gereist und so weiter und so fort. Aber ich habe eine Sache dabei gemerkt. Und das kann ich behaupten, weil ich das selber gemacht habe. Du machst dabei trotzdem nichts. Du hoffst in diesem Moment einfach, dass alle anderen Leute irgendwie unterhaltsam sind, damit dein Video cool wird. Und das habe ich nur bei dir kritisiert. Ich habe nicht kritisiert, dass deine Arbeit an sich hart ist oder nicht hart ist. Ich habe einfach nur schlichtweg gesagt, dass du diese Leute brauchst und die dafür sorgen, dass dein Kanal lebt, weil diese Leute mega unterhaltsam sind. Also für viele Zuschauer dieser Videos. Okay, zu diesem Punkt möchte ich euch eine Sache sagen. Es ist schon sehr wichtig, wer diese Videos moderiert. Schaut euch mal Shayan Garcia zum Beispiel an. Ich konnte mir bis vor ein paar Monaten tatsächlich, habe ich mir viele Videos von ihm einfach reingezogen. Einfach so. Die Sprüche von ihm waren lustig. Die Situationen, die entstanden sind, waren interessant. Bei meinen eigenen Straßenvideos fand ich, ist ja klar, meine Sprüche, die ich halt gerissen habe, auch mega lustig. Das hat dem Ganzen so einen speziellen Touch gegeben. Dass man die richtigen Personen findet, die richtigen Fragen stellt, so eine coole Konversation startet. Das ist halt das, was das Ganze so schwierig macht. Ich glaube, er kritisiert, der Ochs kritisiert einfach nur, dass Pumpen vielleicht für diese Sache nicht geschaffen ist und dass er halt diese vier anderen Protagonisten, oder die drei anderen Protagonisten braucht, weil jeder auf seine eigene Art und Weise eine bestimmte Zielgruppe anspricht und er dadurch halt profitiert, durch diese anderen drei. Was? Das war meine Argumentation dagegen. Und das ist für mich die billigste Art, Leute fertig zu machen oder die Meinung einfach klein zu reden. So nach dem Motto, egal was ich sage, ich bin neidisch. Wenn ein Satiriker, zum Beispiel im Fernsehen, sich über Donald Trump lustig macht oder generell über seine Politik sich lustig gemacht hat, war derjenige wirklich eifersüchtig auf ihn, auf seine Haare oder was? Das ist einfach in diesem Fall eine normale Meinung, die man öffentlich macht. Ich könnte dir jetzt auch Neid vorwerfen, weil du über deine ganzen damaligen Rap-Kollegen herlässt hast. Auf jeden Fall, ich bin Millionär. Auf jeden Fall, ich bin Millionär. Voll das Argument. Was mit anonym? Ich frage ihn nach einem Song oder nach, dass er mit mir iftar mitmacht und er muss mir sagen, Bruder, ich muss erstmal mit Samra abklären. Hat er nein, hat er dann nein, er hat nicht nein gesagt, er hat nicht mehr geantwortet. Statement zu Lillano, er hatte einen kleinen Höhenflug. Aber ich würde es nicht machen, weil Neid für mich kein starkes Argument ist. Das ist für mich Kinder-Argumentation. Und generell, auf was soll ich neidisch sein? Denkst du, ich kann nicht selber auf die Straße gehen und irgendwelche Kinder interviewen? Soll ich darauf neidisch sein, dass ich damit meinen Erfolg aufbaue? Ich bin auf niemanden neidisch, außer Matt Stoney, wie ich das erwähnt habe, weil der Typ fressen kann ohne Ende. Aber ich bin nicht neidisch auf irgendwelche Zahlen. Also bitte... Boah, dann müsste er ja auf mich anders neidisch sein. Hör auf, mir irgendwie so welche Sachen vorzuwerfen. Das ist doch kindisch, Alter. Und selber irgendwelchen Leuten erzählen, dass man 100.000 Euro verdient. Hier, ich blende das mal ganz kurz ein von Sami und ABK. Pumping kommt erst Sonntag, oder nicht? Wir waren heute mit Pumping. Er hat uns gesagt, dass er 100.000 im Monat verdient. Der ist so reich, der Pumping. Der ist so reich, Digga. Weil's so witzig war, was ich gesagt habe, obwohl ich eigentlich nix Schlimmes behauptet habe. Und zwar geht es darum, dass ich behauptete, dass er anderen Leuten sagt, dass er 100.000 Euro verdient pro Monat. Und selber irgendwelchen Leuten erzählen, dass man 100.000 Euro verdient. Und ich wiederhole, Leute. Ich habe nie behauptet, dass ich das glaube, dass er 100.000 Euro verdient. Und im Übrigen, ich muss auch ganz kurz sagen, es ist auch nix Unmögliches, bei YouTube 100.000 Euro pro Monat zu verdienen. Und ich glaube, ich kann's gut bewerten, weil ich im Hintergrund mit einigen YouTubern sogar zusammengearbeitet habe. Und ungefähr einschätzen kann, wie viel die verdient haben. Nur weil dein CPM oder der CPM von ABK vielleicht niedriger ist als von dem und demjenigen. Heißt das nicht, dass es eine Unmöglichkeit ist, einen gewissen Betrag wie 100.000 Euro zu verdienen? Ja, dazu habe ich ja eben schon ein Video hochgeladen von KuchenTV. Der macht einfach mit Klicks über 70.000 Euro im Monat. Ja, mit Klicks. Ohne sein Streaming, ohne die Klamotten, ohne alles andere. 70.000 Euro. Und mit ein bisschen mehr Reichweite. Ihr könnt erst mal, der Monte macht mit einer Reaktion auf KuchenTV 20.000 bis 30.000 Euro. Ja, okay, er reagiert mittlerweile nicht mehr, aber er hat's gemacht. Und er hat gefühlt täglich Reaktionen auf Kuchen hochgeladen. Es ist möglich, aber nicht bei einem Pumpin und nicht bei seinen Klicks. Das muss man doch wissen. Ich sag nur Product Placement. Eigene Shisha-Marke oder generell eine eigene Marke. Und dann natürlich noch die YouTube-Klicks. Und wenn wir noch weiter gehen, die ganzen anderen Social-Media-Kanäle, die man betreibt als YouTuber. Was ist daran so witzig gewesen? Check ich gar nicht. Aber komisch, dass du bei ABK nicht gelacht hast, als er einfach so random behauptete, dass Trimax seine Reaktion faked. Ja, definitiv gestellte Lostness. Ich werde euch gleich zeigen, woran er erkennt, dass seine Lostness gestellt ist. ABK hat gerade eine turbulente Phase. Ich weiß nicht, was da los ist. Er reagiert seit letzter Zeit sehr merkwürdig auf Kritik. Obwohl jeder wusste, dass Trimax' dumme Reaktionen natürlich bewusst ein bisschen überspitzt sind. Und bewusst überspielt sind. Das ist doch ganz klar gewesen. Als ob er die Flagge von Brasilien zum Beispiel nicht weiß. Aber du hast diese Behauptung natürlich völlig ernst genommen. Und hast überhaupt nicht gelacht wie bei mir. Obwohl es in seiner Aussage Leute zum Lachen bringen sollte und nicht meine. Weil ich nie gesagt habe, dass ich 100% davon überzeugt bin, dass der 100.000 Euro macht. Mir wird ja ab und zu mal vorgeworfen, ich behaupte einfach irgendwelche Sachen, obwohl die nicht stimmen. Nun hat mich ein Mädchen erreicht. Also bei Instagram erreicht. Und hat tatsächlich bei einem Pumping Monkey Video mitgemacht. So ein Behind-the-Scenes ist ja immer interessant. Wie läuft das ab bei einem Pumping Monkey Video? Und ich habe sie ein bisschen ausgefragt und sie hat mir einiges erzählt. Und keine Sorge, sie labert keine Scheiße. Ich habe die Fotos angeguckt. Sie hat tatsächlich bei dem Video mitgemacht. Ich werde jetzt bewusst nichts zeigen, damit man nicht auf sie kommt. Am Ende wird sonst der Roadrunner zum Beispiel da hingehen und sie beleidigen und so weiter. Und das will ich nicht. Anderfalls, falls ihr mir nicht glaubt, hat sie mir sogar angeboten, mit mir zusammen ein Video zu machen, wo sie sich nochmal dazu äußert. Könnt ihr sehen, dass sie tatsächlich bei dem Video mitgemacht hat. Mal, ich will jetzt auch kein Fame, dies, das. Und ich habe sogar Bilder, wo ich bei denen war. Also bei diesen Kasim oder wie der auch heißt. Kasim ist der Freund von Pumping Monkey, der scheinbar auch unter Vertrag steht. Und immer wieder in seinen Videos vorkommt. Ich habe halt auch seine Videos angeschaut, dies, das. Und dann habe ich halt gesagt, ja, tamam, komm, ich schreibe den mal auch an, so dass ich mitmachen kann, dies, das. Hat er auch geantwortet? Äh, ja. Hat er geantwortet, dies, das. Okay. Hat mir tatsächlich auch Videos geschickt, wo ich sehen konnte, dass sie alle zusammen chillen. Also sie hat mir sehr, sehr viele Beweise geschickt, dass ich wirklich davon ausgehen kann, dass sie dabei war. Ich habe halt auch seine Videos angeschaut, dies, das. Und dann habe ich halt gesagt, ja, tamam, komm, ich schreibe den mal auch an, so dass ich mitmachen kann, dies, das. Boah, dieses Dies, das triggert mich, ohne Scheiß. Auch geantwortet, äh, da hat uns Pumpkin Monkey abgeholt mit Auto, da waren wir bei Kasim und da haben wir uns halt so gesehen. Dann hat er gesagt, so, ja, morgen drehen wir ein Video, das wird richtig krass, dies, das. Aber seid nicht so langweilig, macht mehr Action, also macht so, also, ja, so beleidigenmäßig dies, das. Hier sind wir bei dem Punkt Manipulation wieder. Man versucht natürlich ein bisschen, die Leute schon mal heiß zu machen. Ja, okay, das ist ja kein Geheimnis, trotzdem ehrenlos, ja, wenn man die Leute schon mal aufstachelt. Dazu habe ich ja schon mal ein Video gemacht, ist schon was länger her. Das ist ehrenlos, Leute aufzustacheln, entweder passiert was oder es passiert nichts. Aber auf der anderen Seite, Nachträg, also später halt darüber nachgedacht, überlege ich mir so, Bro, es kann nicht bei jedem Mal irgendetwas passieren. Ich habe sogar mitgekriegt, wie Leute bezahlt werden dafür, dass sie zum Beispiel diese Aktion reißen oder jene Aktion reißen. Wisst ihr? Damit sie schön und heilsam sind für die Videos. Aber vielleicht wollte sie das ja gar nicht. Vielleicht wollte sie ganz nett vorkommen im Video und wollte gar nicht mucken, sondern wollte mit den Leuten ganz normal reden. Aber nein, das geht ja nicht, sonst macht das Video ja gar keine Klicks. Nächster Tag, also, da war ja diese Videodreh. Dann haben wir halt angefangen zu drehen, aber meine Freundinnen haben da nicht mitgemacht, sind weggegangen. Und Punky Monkey hat dann meine Freundinnen als Schlampen beleidigt, nur weil die nicht mitgemacht haben. Wow! Wow! Fairness halber weiß man natürlich nicht, ob das alles jetzt stimmt, was da vorgefallen ist. Sehr stark, dass er das hier auch nochmal erwähnt, sonst hätte ich das gesagt. Wir wissen es nicht. Allein an ihrer Aussprache, ohne jetzt Vorurteile oder so in den Raum zu werfen, kann man hier quasi schon davon ausgehen, dass vielleicht das ein oder andere Mal gelogen wird, um sich selbst besser dastehen zu lassen. Ja, um nicht selbst als Idiot dazustehen. Also ich hatte den Eindruck, dass ein Mädchen sehr, sehr traurig war und dass sie sehr verletzt war, als sie mir die ganze Geschichte erzählt hat. Dann habe ich gesagt, ja komm, wenigstens, ich mache mit, weil ich wollte nicht von Punky Monkey als Schlampen beleidigt werden. Ja, und auf jeden Fall habe ich dann mitgemacht. Genau, das ist der Grund dafür, warum ich bei Videos mitmache. Ox, wenn du das nächste Mal ein Video machen willst, schreib mir vorher und sag, Bro, du machst jetzt in meinem Video mit, ansonsten beleidige ich dich als Schlampe. Dann mache ich safe mit. Und wo ich dran war, mir wurde halt während, der schneidet ja die Videos. Und während des Videos haben die halt mir gesagt, oh, was ich alles sagen soll. Und ich habe das mit One Night Stand nicht von mir aus gesagt, sondern von jemandem aus, also von einer Person. Ich kann nicht Namen sagen, dass ich das sagen soll, dies, das, aber zwar nicht von Pumpkin. Sie hat sowas wie, ich würde mit dir ein One Night Stand anfangen gesagt. Hat mich auch sehr gewundert, warum sie sowas gesagt hat. Das hat gar nicht zu ihr gepasst. Sie wirkte auch eigentlich sehr schüchtern und sehr zurückhaltend, wie ich das wahrnehmen konnte. Scheinbar hat jemand ihr das in den Ohr geflüstert, hat sie irgendwie beeinflusst. Und vielleicht hat sie aufgrund von Druck diese Wörter benutzt. Äh, ja, dann habe ich das gesagt und habe gesagt, ich würde ihn nicht daten. Ich habe nicht gesagt, du bist hässlich und so, weil ich wollte nicht übertreiben. Äh, der von mir hat mich beleidigt, hat nichts gemacht, dies, das. Okay, ich habe zwar gelacht, aber ich konnte nicht ernst bleiben. Also, jetzt musste ich einen kleinen Teil wegschneiden, Leute, sonst würde ich das Mädchen zu sehr verraten, weil das war eine Aktion von dem Typen, was sehr, sehr asoziell war und was sie bloßgestellt hat. Wenn ich das jetzt erzähle, würden Leute wissen, welches Mädchen gemeint ist. Ach, die Leute wissen doch jetzt schon, wer das ist. Allein durch diese eine Aussage, die sie da getätigt hat. Weil diese Aktion war irgendwie geplant. Und, äh, auf jeden Fall, dann kamen diese anderen, haben meine Nase beleidigt. Ich kann ja nichts dafür, ich bin so geboren. Äh, ich fand das voll übertrieben und ich fand das scheiße von Pumpkin Monkey. Bro, was hast du rausgeschnitten? Du hättest sogar das Video reinstellen können. Jeder Hobbylose und es wird viele geben, auch unter meinem Video werden jetzt Kommentare kommen, wo die Leute schreiben, ja, die und die war das aus dem und dem Video. Dass er einfach mitgelacht hat und nicht mal gesagt hat, ey, rast euch mal, die Arme, alle gingen auf mich und niemand hat was gesagt. Und danach habe ich zu Pumpkin gesagt, ey, das war doch voll scheiße, man. Machen wir andere Videos, weil das ist nicht gut geworden und so, weil wir haben uns alle so beleidigt. Dann meinte er, nein, nein, ich schneide alles und so. Ja, dann hat er gemeint, du wirst eh nicht Hate kriegen, ich Support kriege. Dann habe ich gemeint, ja, okay, dann soll er halt nicht mein Gesicht verdecken. Da habe ich gesagt, ja, scheißegal. Wie manipulativ, der weiß ganz genau, wie YouTube funktioniert. Die Klicks haben bestimmt gut geschmeckt von diesem Video. Ja, so ist das, ne. Ihr seht es ja, bei jedem einzelnen YouTuber da draußen, das ist nicht nur bei Pumpkin so, ist auch bei einem Monte, der so beliebt ist so. Er bewirbt einfach immer weiter und weiter Spielcasinos, obwohl er so viel Kritik kassiert hat. Er geht null darauf ein, auf diese Kritik, versucht sie sogar tot zu schweigen, wohingegen ein Pumpkin darauf eingeht, muss man nicht mehr zugute lassen und versucht sich selbst zu rechtfertigen. Aber, ihr seht es, auch Gewitter im Kopf, absolut auf der positiven Seite. Jeder, die ganzen Positiven auch, diese ganzen Heuschler, also die meisten von denen zumindest, die haben alle irgendwo Dreck am Stecken. Natürlich machen die alles für Klicks. Ist doch klar, dass ein Video, wo Beef entsteht, wo halt gegenseitig beleidigt wird, viel, viel besser ankommt, wie eins, wo eigentlich gar nichts passiert. Warum sollte man sich das denn überhaupt angucken? So sind ja auch Serien aufgebaut, immer auf Action und Eskalation. Natürlich, das kommt am besten an. Und er hat das halt ausgenutzt. Er hat YouTube durchgespielt, aber auf wessen Kosten? Natürlich auf die Kosten von ihr. Und wenn sie sich dann manipulieren lässt und dann sagt, ja, nee, brauchst mich da auch nicht auszublenden, ich vertraue dir mal, alles gut. Es gab ja nicht schon 10.000 Videos, in denen das genau anders bewiesen wurde. Ja. Dann, meiner Meinung nach, selber schuld, ja. Also, poste es dann einfach. Also, jetzt müssen wir mal ganz kurz zusammenfassen. Er behauptet, dass ich kein Hate bekomme, dass sie im guten Licht dastehe. Hätte er das nicht gesagt, hätte er vielleicht gesagt, ich will doch mein Gesicht zensiert haben. Nun, was ist dann passiert? Erzähl mal weiter, als ob du vor mir stehst. Weißt du, meine Cousins haben das sogar gesehen. Meine Cousins, weißt du, wie peinlich das ist? Meine Mutter hat das auch mitbekommen. Und das war richtig scheiße für mich. Ich habe nur geweint. Ich wurde in meiner Stadt richtig blamiert. Richtig blamiert. Ja. Es ist ja nicht das erste Mal, dass sowas passiert ist. Warum machen solche Leute dann immer noch bei solchen Formaten mit? Es ist ja nicht so, dass man davon nichts mitkriegt. Die sind ja sogar in dieser Materie drin. Sonst würden die da doch gar nicht mitmachen. Die sind höchstwahrscheinlich viel mehr in der Materie drin, wie 99% meiner Zuschauer, die sich gerade dieses Video angucken können. Weil wir uns solche Videos größtenteils nicht geben. Ja, aber was erwarten die? Ich konnte nicht raus zwei Monate. Das war so schlimm. Siehst du, Pamping, was du verursachst bei einigen Leuten, auch wenn du sie dazu zwingst, eine Unterschrift zu machen, weil du vielleicht ihnen falsche Versprechungen machst. Du versuchst, die Leute zu manipulieren, damit sie vielleicht ihr Gesicht doch zeigen. Und das ist scheinbar auch der Grund, warum sie dich nicht anzeigt. Und im Endeffekt dafür sorgen könnte, dass das Video doch rauskommt. Natürlich kann man den Leuten immer vorwerfen. Ja, Digga, was machst du damit? Ja, warum bist du dabei? Leute, es gibt einfach Momente im Leben, da überlegt man nicht viel. Gerade wenn es um Leute geht, die privat sind und in die Öffentlichkeit kommen. Viele Leute machen und tun Sachen, die sie später natürlich bereuen könnten und später eventuell deswegen Probleme kriegen. Und ich muss eine Sache sagen, da muss ich auch ein bisschen Pappingen in Schutz nehmen. Ja, sie war volljährig. Und vielleicht kann sie es deswegen einigermaßen noch einstecken, weil sie reif genug ist und vielleicht über sowas steht. Aber was ist mit den ganzen 16, 15, 14-Jährigen, die in deinen Videos mitgemacht haben? Wie fühlen die sich? Vielleicht haben die auch das Gleiche erlebt. Vielleicht haben die sich auch Todes blamiert und werden jetzt in der Schule fertig gemacht. Und vielleicht wird über die gelacht in der Schule. Und das war jetzt nochmal so eine Untermauerung von meinem Video. Und ich hoffe, ich konnte jetzt ein bisschen Aufklärung auch wieder betreiben. In diesem Sinne, Leute, auch rein, peace out. Und ich verabschiede mich. Bin echt gespannt, wer das jetzt ist. Also mir spontan ist jetzt kein Gesicht in den Sinn gekommen. Wie gesagt, ich gönne mir auch nicht jedes Video. Aber alles in allem wird es mit Sicherheit rauskommen. Nicht, dass ihr jetzt noch mehr Probleme dadurch kriegt. Ja. Wer weiß, was sie unterschrieben hat. Keine Ahnung. Aber sollte es wirklich alles so abgelaufen sein, wie sie hier behauptet hat. Absolut ehrenlos. Absolut ehrenlos. Und ich bin ja selber YouTuber. Ich habe doch selber gesehen, wie es hinter den Kulissen bei vielen Leuten abläuft. Moral findest du auf dieser Plattform sehr, sehr selten. Ja. Nichtsdestotrotz ist es halt gut, dass es Leute wie Ox gibt. Die mit sowas an die Öffentlichkeit gehen. Ja. Er ist sehr, sehr radikal, habe ich auch gemerkt, was das angeht. Diese Thematik. Aber finde ich auch schön, was er am Anfang gesagt hat. Er will nicht, dass jedes Video über diese Thematik geht. Deswegen scheint das auch sein letztes gewesen zu sein. Vielleicht noch sein vorletztes. Wir wissen es nicht. Schreibt ihr mir wie immer eure Meinung unten in die Kommentare rein. Wer weiß, vielleicht äußert sich auch noch Pumpin zu dieser Thematik. Wir haben ja beim letzten Statement auch gesehen. Er kann sich dazu äußern. Vielleicht hat der da noch was zu sagen. Vielleicht treffen die beiden sich sogar und sprechen sich aus. Vielleicht entsteht daraus ein Video. Wir wissen das alles nicht. Wir können nicht hinter die Kulissen blicken. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann und ciao.